Rund ein Drittel Ihres Lebens verbringen Sie mit Schlafen. Hierbei tanken Sie Gesundheit und Vitalität, weshalb sich die Investition in ein gutes Bett besonders lohnt. Christian Dunkel ist ärztlich geprüfter Schlafberater und Diplom-Radiestät und führt in Amstetten sein Fachgeschäft für Wohnen und Schlafen. Im Schlaf-Oase-Liege-Studio können Sie die neuesten Matratzen-Systeme und Luftbetten testen. Ihre Ansprüche, Schlaf- und Liegegewohnheiten werden zum Teil computerunterstützt analysiert. Durch diese individuelle Analyse wird das optimale Schlafsystem und Nackenstützkissen für Sie ermittelt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein großes Sortiment an Heimtextilien und Bettwaren, auch für Allergiker. Die kuscheligen Daunenbetten von Dunkel werden persönlich nach Ihrem Wärmebedürfnis gefertigt. Von ultraleicht bis arktisch warm, auch Sondergrößen sind machbar. Weitere Informationen finden Sie online auf www.dunkel.at. Wer hell ist, kauft bei Dunkel. Seit 1874.